Mehrere Wochen, in welchen die Familie mit sehr verschiedenen Empfindungen auf den Ausgang dieser sonderbaren Sache gespannt war, verstrichen. Der Kommandant empfing vom General K., dem Onkel des Grafen, eine höfliche Zuschrift. Der Graf selbst schrieb aus Neapel. Die Erkundigungen, die man über ihn einzog, sprachen ziemlich zu seinem Vorteil. Kurz, man hielt die Verlobung schon für so gut wie abgemacht, als sich die Kränklichkeiten der Marquise mit größerer Lebhaftigkeit als jemals wieder einstellten. Sie bemerkte eine unbegreifliche Veränderung ihrer Gestalt. Sie entdeckte sich mit völliger Freimütigkeit ihrer Mutter und sagte, sie wisse nicht, was sie von ihrem Zustand denken solle. Die Mutter, welche so sonderbare Zufälle für die Gesundheit ihrer Tochter äußerst besorgt machten, verlangte, daß sie einen Arzt zurate ziehe. Die Marquise, die durch ihre Natur zu siegen hoffte, sträubte sich dagegen. Sie brachte mehrere Tage noch, ohne dem Rat der Mutter zu folgen, unter dem empfindlichsten Leiden zu, bis Gefühle immer wiederkehrend und von so wunderbarer Art sie in die lebhafteste Unruhe stürzten. Sie ließ einen Arzt rufen, der das Vertrauen ihres Vaters besaß, nötigte ihn, da gerade die Mutter abwesend war, auf den Divan nieder und eröffnete ihm nach einer kurzen Einleitung scherzend, was sie von sich glaube. Der Arzt warf einen forschenden Blick auf sie, schwieg noch, nachdem er eine genaue Untersuchung vollendet hatte, eine Zeit lang, und antwortete dann mit einer sehr ernsthaften Miene, daß die Frau Marquise ganz richtig urteile. Nachdem er sich auf die Frage der Dame, wie er dies verstehe, ganz deutlich erklärt und mit einem Lächeln, daß er nicht unterdrücken konnte, gesagt hatte, daß sie ganz gesund sei und keinen Arzt brauche, zog die Marquise und sah ihn sehr streng von der Seite an die Klingel und bat ihn, sich zu entfernen. Sie äußerte halblaut, als ob er der Rede nicht wert wäre, vor sich niedermurmelnd, daß sie nicht Lust hätte, mit ihm über Gegenstände dieser Art zu scherzen. Der Doktor erwiderte empfindlich, er müsse wünschen, daß sie immer zum Scherz so wenig aufgelegt gewesen wäre, wie jetzt, nahm Stock und Hut und machte Anstalten sich sogleich zu empfehlen. Die Marquise versicherte, daß sie von diesen Beleidigungen ihren Vater unterrichten würde. Der Arzt antwortete, daß er seine Aussage vor Gericht beschwören könnte, öffnete die Tür, verneigte sich und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise fragte, da er noch ein Handschuh, den er hatte fallen lassen, von der Erde aufnahm, und die Möglichkeit davon, Herr Doktor? Der Doktor erwiderte, daß er ihr die letzten Gründe der Dinge nicht werde zu erklären brauchen, verneigte sich ihr noch einmal und ging ab. Die Marquise stand wie vom Donner gerührt. Sie raffte sich auf und wollte zu ihrem Vater eilen, doch der sonderbare Ernst des Mannes, von dem sie sich beleidigt sah, lähmte alle ihre Glieder. Sie warf sich in der größten Bewegung auf dem Divan nieder. Sie durchlief, gegen sich selbst misstrauisch, alle Momente des verflossenen Jahres und hielt sich für verrückt, wenn sie an den letzten dachte. Endlich erschien die Mutter, und auf die bestürzte Frage, warum sie so unruhig sei, erzählte ihr die Tochter, was ihr der Arzt soeben eröffnet hatte. Frau van G. nannte ihn einen Unverschämten und Nichtswürdigen und bestärkte die Tochter in dem Entschluß, diese Beleidigung dem Vater zu entdecken. Die Marquise versicherte, daß es sein völliger Ernst gewesen sei, und daß er entschlossen scheine, dem Vater ins Gesicht seine rasende Behauptung zu wiederholen. Frau van G. fragte, nicht wenig erschrocken, ob sie denn an die Möglichkeit eines solchen Zustandes glaube. »Er«, antwortete die Marquise, »daß die Gräber befruchtet werden und sich dem Schoße der Leichen eine Geburt entwickeln wird.« »Nun, du liebes, wunderliches Weib«, sagte die Oberistin, indem sie sie fest an sich drückte, »was beunruhigt dich denn?« »Wenn dein Bewusstsein dich reinspricht, wie kann dich ein Urteil, und wäre es das einer ganzen Konsulta von Ärzten nur kümmern? Ob das seinige aus Irrtum, ob es aus Bosheit entsprang, gilt es dir nicht völlig gleich viel. Doch schicklich ist es, daß wir es dem Vater entdecken.« »O Gott«, sagte die Marquise mit einer konvulsivischen Bewegung, »wie kann ich mich beruhigen? Habe ich nicht mein eigenes, innerliches, mir nur allzu wohl bekanntes Gefühl gegen mich? Wird ich nicht, wenn ich in einer anderen, meine Empfindung wüßte, von ihr selbst urteilen, daß es damit seine Richtigkeit habe?« »Es ist entsetzlich«, versetzte die Oberistin. »Bosheit, Irrtum«, fuhr die Marquise fort, »was kann dieser Mann, der uns bis auf den heutigen Tag schätzungswürdig erschien, für Gründe haben, mich auf eine so mutwillige und niederträchtige Art zu kränken, mich, die ihn nie beleidigt hatte, die ihn mit Vertrauen und dem Vorgefühl zukünftiger Dankbarkeit empfing, bei der er, wie seine ersten Worte zeugten, mit dem reinen und unverfälschten Willen erschien, zu helfen, nicht schmerzen, grimmiger als ich empfand, erst zu erregen.« »Und wenn ich in der Notwendigkeit der Wahl«, fuhr sie fort, während die Mutter sie unverwandt ansah, »an einen Irrtum glauben wollte, ist es wohl möglich, daß ein Arzt auch nur von mittelmäßiger Geschicklichkeit in solchem Falle irre.« Die Oberistin sagte, ein wenig spitz, »und gleichwohl muß es doch notwendig eins oder das andere gewesen sein.« »Ja«, versetzte die Marquise, »meine teuerste Mutter«, indem sie ihr mit dem Ausdruck der gekränkten Würde hochrot im Gesicht glühend die Hand küßte. Das muß es, obschon die Umstände so außerordentlich sind, daß es mir erlaubt ist, daran zu zweifeln. Ich schwöre, weil es doch einer Versicherung bedarf, daß mein Bewusstsein gleich dem meiner Kinder ist. Nicht reiner Verehrungswürdigste kann das Ihrige sein. Gleichwohl bitte ich Sie, mir eine Hebamme rufen zu lassen, damit ich mich von dem, was ist, überzeuge, und gleich viel als dann, was es sei, beruhige.« »Eine Hebamme«, rief Frau von G. mit Entwürdigung, »ein reines Bewusstsein und eine Hebamme.« Und die Sprache ging er aus. »Eine Hebamme, meine teuerste Mutter«, wiederholte die Marquise, indem sie sich auf Knien vor ihr niederließ, »und das augenblicklich, wenn ich nicht wahnsinnig werden soll.« »Oh, sehr gern«, versetzte die Obristin, »nur bitte ich, das Wochenlager nicht in meinem Hause zu halten.« Und damit stand sie auf und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise, ihr mit ausgebreiteten Armen folgend, fiel ganz auf das Gesicht nieder und umfaßte ihre Knie. »Wenn irgendein unsträfliches Leben«, rief sie mit der Beretsamkeit des Schmerzes, »ein Leben nach ihrem Muster geführt, mir ein Recht auf ihre Achtung gibt, wenn irgendein mütterliches Gefühl, auch nur solange meine Schuld nicht sonnenklar entschieden ist, in ihrem Busen für mich spricht, so verlassen sie mich in diesen entsetzlichen Augenblicken nicht.« »Was ist es, das dich beunruhigt?« fragte die Mutter. »Ist es weiter nichts als der Ausspruch des Arztes?« »Weiter nichts als dein innerliches Gefühl?« »Nichts weiter, meine Mutter«, versetzte die Marquise und legte ihre Hand auf die Brust. »Nichts, Julietta«, fuhr die Mutter fort, »besinne dich. Ein Fehltritt, so unsäglich er mich schmerzen würde, er ließe sich, und ich müßte ihn zuletzt verzeihen. Doch wenn du, um einem mütterlichen Verweis auszuweichen, ein Märchen von der Umwälzung der Weltordnung ersinnen und Gottes lästerliche Schwüre häufen könntest, um es meinem dir nur allzu gern gläubigen Herzen aufzubürden, so wäre das schändlich. Ich würde dir niemals wieder gut werden. »Möge das Reich der Erlösung einst so offen vor mir liegen, wie meine Seele vor Ihnen«, rief die Marquise, »ich verschwieg Ihnen nichts, meine Mutter.« Diese Äußerung, voll Pathos getan, erschütterte die Mutter. »O Himmel«, rief sie, »mein liebenswürdiges Kind, wie rührst du mich?« und hob sie auf und küßte sie und drückte sie an ihre Brust. »Was denn in aller Welt fürchtest du?« »Komm, du bist sehr krank«. Sie wollte sie in ein Bett führen, doch die Marquise, welcher die Tränen häufig flossen, versicherte, daß sie sehr gesund wäre und daß ihr gar nichts fehle, außer jenem sonderbaren und unbegreiflichen Zustand. »Zustand«, rief die Mutter wieder, »welch ein Zustand! Wenn dein Gedächtnis über die Vergangenheit so sicher ist, welch ein Wahnsinn der Furcht ergriff dich! Kann ein innerliches Gefühl denn, das doch nur dunkel sich regt, nicht trügen? Nein, nein«, sagte die Marquise, »es trügt mich nicht, und wenn sie die Hebamme rufen lassen wollen, so werden sie hören, daß das Entsetzliche, mich Vernichtende wahr ist.« »Komm, meine liebste Tochter«, sagte Frau von G., die für ihren Verstand zu fürchten anfing, »komm, folge mir und lege dich zu Bett. Was meintest du, daß dir der Arzt gesagt hat? Wie dein Gesicht glüht, wie du an allen Gliedern so zitterst, was war es schon, daß dir der Arzt gesagt hat?« Und damit zog sie die Marquise ungläubig nunmehr an den ganzen Auftritt, den sie ihr erzählt hatte, mit sich fort. Die Marquise sagte, »Liebe, vortreffliche«, indem sie mit weinenden Augen lächelte, »ich bin meiner Sinne mächtig. Der Arzt hat mir gesagt, daß ich in gesegneten Leibesumständen bin. »Lassen Sie die Hebamme rufen, und sobald sie sagt, daß es nicht wahr ist, bin ich wieder ruhig.« »Gut, gut«, erwiderte die Obristin, die ihre Angst unterdrückte, »sie soll gleich kommen, sie soll gleich, wenn du dich von ihr willst, auslachen lassen, erscheinen und dir sagen, daß du eine Träumerin und nicht recht klug bist.« Und damit zog sie die Klingel und schickte augenblicklich einen ihrer Leute, der die Hebamme rufe. Die Marquise lag noch mit unruhig sich hebender Brust in den Armen ihrer Mutter, als diese Frau erschien und die Obristin ihr, an welcher seltsamen Vorstellung ihrer Tochter krank liege, eröffnete. Die Frau Marquise schwöre, daß sie sich tugendhaft verhalten habe und gleichwohl halte sie von einer unbegreiflichen Empfindung getäuscht, für nötig, daß eine sachverständige Frau ihren Zustand untersuche. Die Hebamme, während sie sich von demselben unterrichtete, sprach von jungem Blut und der Arglist der Welt, äußerte, als sie ihr Geschäft vollendet hatte, dergleichen Fälle wären ihr schon vorgekommen. Die jungen Witwen, die in ihre Lage kämen, meinten, alle auf wüsten Inseln gelebt zu haben, beruhigte inzwischen die Frau Marquise und versicherte sie, daß sich der muntere Corsar, der zur Nachtzeit gelandet, schon finden würde. Bei diesen Worten fiel die Marquise in Ohnmacht. Die Obristin, die ihr mütterliches Gefühl nicht überwältigen konnte, brachte sie zwar mit Hilfe der Hebamme wieder ins Leben zurück. Doch die Entrüstung siegte, da sie erwacht war. »Julietta«, rief die Mutter mit dem lebhaftesten Schmerz, »willst du dich mir entdecken? Willst du den Vater mir nennen?« und schien noch zur Versöhnung geneigt. Doch als die Marquise sagte, daß sie wahnsinnig werden würde, sprach die Mutter, indem sie sich vom Devan erhob, »Geh, geh, du bist nichtswürdig, verflucht sei die Stunde, da ich dich gebar,« und verließ das Zimmer. Die Marquise, der das Tageslicht von neuem schwinden wollte, zog die Geburtshelferin vor sich nieder und legte ihr Haupt heftig zitternd an ihre Brust. Sie fragte mit gebrochener Stimme, wie denn die Natur auf ihren Wegen wallte und ob die Möglichkeit einer unwissentlichen Empfängnis sei. Die Hebamme lächelte, machte ihr das Tuch los und sagte, »Das würde ja doch der Frau Marquise Fall nicht sein.« »Nein, nein,« antwortete die Marquise, »sie habe wissentlich empfangen. Sie wolle nur im Allgemeinen wissen, ob diese Erscheinung im Reiche der Natur sei.« Die Hebamme versetzte, daß dies außer der heiligen Jungfrau noch keinem Weibe auf Erden zugestoßen wäre. Die Marquise zitterte immer heftiger. Sie glaubte, daß sie augenblicklich niederkommen würde und bat die Geburtshelferin, indem sie sich mit krampfhafter Beängstigung an sie schloß, sie nicht zu verlassen. Die Hebamme beruhigte sie. Sie versicherte, daß das Wochenbett noch beträchtlich entfernt wäre, gab ihr auch die Mittel an, wie man in solchen Fällen dem Leumund der Welt ausweichen könne und meinte, es würde noch alles gut werden. Doch da diese Trostgründe der unglücklichen Dame völlig wie Messerstiche durch die Brust fuhren, so sammelte sie sich, sagte, sie befände sich besser und bat ihre Gesellschafterin, sich zu entfernen. Kaum war die Hebamme aus dem Zimmer, als ihr ein Schreiben von der Mutter gebracht ward, in welchem diese sich so ausließ. Herr von G. wünsche unter den obwaltenden Umständen, daß sie sein Haus verlasse. Er sende ihr hierbei die über ihr Vermögen lautenden Papiere und hoffe, daß ihm Gott den Jammer ersparen werde, sie wieder zu sehen. Der Brief war inzwischen von Tränen benetzt, und in einem Winkel stand ein verwischtes Wort, diktiert. Der Marquise stürzte der Schmerz aus den Augen. Sie ging heftig über den Irrtum ihrer Eltern weinend und über die Ungerechtigkeit, zu welcher diese vortrefflichen Menschen verführt wurden, nach den Gemächern ihrer Mutter. Es hieß, sie sei bei ihrem Vater. Sie wankte nach den Gemächern ihres Vaters. Sie sank, als sie die Tür verschlossen fand, mit jammernder Stimme, alle Heiligen zu Zeugen ihrer Unschuld anrufend vor derselben nieder. Sie mochte wohl schon einige Minuten hier gelegen haben, als der Forstmeister daraus hervortrat und zu ihr mit flammendem Gesicht sagte, sie höre, daß der Kommandant sie nicht sehen wolle. Die Marquise rief, mein liebster Bruder, unter vielem Schluchzen drängte sich ins Zimmer und rief, mein teuerster Vater, und streckte die Arme nach ihm aus. Der Kommandant wandte ihr bei ihrem Anblick den Rücken zu und eilte in sein Schlafgemach. Er rief, als sie ihn dahin verfolgte, hinweg, und wollte die Türe zuwerfen. Doch da sie, unter Jammern und Flehen, daß er sie schließe, verhinderte, so gab er plötzlich nach und eilte, während die Marquise zu ihm hereintrat, nach der Hinternwand. Sie warf sich ihm, der ihr den Rücken zugekehrt hatte, eben zu Füßen, und umfaßte zitternd seine Knie, als ein Pistol, das er ergriffen hatte, in dem Augenblick, da er es von der Wand herabriss, losging und der Schuß schmetternd in die Decke fuhr. »Herr meines Lebens«, rief die Marquise, erhob sich leichenblass von ihren Knien und eilte aus seinen Gemächern wieder hinweg. »Man soll sogleich anspannen«, sagte sie, indem sie in die Irigen trat, setzte sich matt bis in den Tod auf einen Sessel nieder, zog ihre Kinder eilfertig an und ließ die Sachen einpacken. Sie hatte eben ihr Kleinstes zwischen den Knien und schlug ihm noch ein Tuch um, um nunmehr, da alles zur Abreise bereit war, in den Wagen zu steigen, als der Forstmeister eintrat und auf Befehl des Kommandanten die Zurücklassung und Überlieferung der Kinder von ihr forderte. »Dieser Kinder?«, fragte sie und stand auf. »Sag deinem unmenschlichen Vater, daß er kommen und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne!« und hob mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüstet ihre Kinder auf und trug sie, ohne daß der Bruder gewagt hätte, sie anzuhalten, in den Wagen und fuhr ab. Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich wie an ihrer eigenen Hand aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor. Der Aufruhr, der ihre Brust zerriß, legte sich, als sie im Freien war. Sie küßte häufig die Kinder, die sie ihre liebe beute, und mit großer Selbstzufriedenheit gedachte sie, welch einen Sieg sie durch die Kraft ihres schuldfreien Bewusstseins über ihren Bruder davongetragen hatte. Ihr Verstand, stark genug in ihrer sonderbaren Lage nicht zu reißen, gab sich ganz unter der großen, heiligen und unerklärlichen Einrichtung der Welt gefangen. Sie sah die Unmöglichkeit ein, ihre Familie von ihrer Unschuld zu überzeugen, begriff, daß sie sich darüber trösten müsse, falls sie nicht untergehen wolle, und wenige Tage nur waren nach ihrer Ankunft in V verflossen, als der Schmerz ganz und gar dem heldenmütigen Vorsatz Platz machte, sich mit Stolz gegen die Anfälle der Welt zu rüsten. Sie beschloss, sich ganz in ihr Innerstes zurückzuziehen, sich mit ausschließendem Eifer der Erziehung ihrer beiden Kinder zu widmen, und des Geschenks, das ihr Gott mit dem Dritten gemacht hatte, mit voller mütterlichen Liebe zu pflegen. Sie machte Anstalten, in wenig Wochen, sobald sie ihre Niederkunft überstanden haben würde, ihren schönen, aber durch die lange Abwesenheit ein wenig verfallenen Landsitz wiederherzustellen. Saß in der Gartenlaube und dachte, während sie kleine Mützen und Strümpfe für kleine Beine strickte, wie sie die Zimmer bequem verteilen würde. Auch, welches sie mit Büchern füllen und in welchem die Staffelei am schicklichsten stehen würde. Und so war der Zeitpunkt, da der Graf F. von Neapel wiederkehren sollte, noch nicht abgelaufen, als sie schon völlig mit dem Schicksal, in ewig klösterlicher Eingezogenheit zu leben, vertraut war. Der Türsteher erhielt Befehl, keinen Menschen im Hause vorzulassen. Nur der Gedanke war ihr unerträglich, das dem jungen Wesen, das sie in der größten Unschuld und Reinheit empfangen hatte, und dessen Ursprung, eben weil er geheimnisvoller war, auch göttlicher zu sein schien, als der anderer Menschen ein Schandfleck in der bürgerlichen Gesellschaft ankleben sollte. Ein sonderbares Mittel war ihr eingefallen, den Vater zu entdecken, ein Mittel, bei dem sie, als sie es zuerst dachte, das Strickzeug selbst vor Schrecken aus der Hand fallen ließ. Durch ganze Nächte in unruhiger Schlaflosigkeit durchwacht, ward es gedreht und gewendet, um sich an seine ihr innerstes Gefühl verletzende Natur zu gewöhnen. Immer noch sträubte sie sich, mit dem Menschen, der sie so hintergangen hatte, in irgendein Verhältnis zu treten, indem sie sehr richtig schloß, daß derselbe doch ohne alle Rettung zum Auswurf seiner Gattung gehören müsse und auf welchem Platz der Welt man ihn auch denken wolle, nur aus dem zertretendsten und unflätigsten Schlamm derselben hervorgegangen sein könne. Doch da das Gefühl ihrer Selbstständigkeit immer lebhafter in ihr ward und sie bedachte, daß der Stein seinen Wert behält, er mag auch eingefaßt sein, wie man wolle, so griff sie eines Morgens, da sich das junge Leben wieder in ihr regte, ein Herz und ließ jene sonderbare Aufforderung in die Intelligenzblätter von M. rücken, die man am Eingang dieser Erzählung gelesen hat.